Musik Lass uns eine rosa-schwarze Challenge machen! Oh ja! Wow! Ja! Okay! Los geht's! Ein geiles Händchen! Wow! Hi! Du weißt, was zu tun ist, oder? Ahhhh! Ahhhh! Oh! Ich habe eine Idee! Oh! Hi! Nimm Platz! Okay! Wow! Oh ja! Wow! Und jetzt zieh dich an! Welche Farbe möchtest du? Gelb? Lila? Vielleicht rosa? Wow! Sieh mal, wie hübsch du bist! Los, los, los! Wie auch immer! Jetzt bin ich dran! Kunst und Handwerk? Wow! Wow! Oh ja! Fantastisch! Oh ja! Seht mal, wie süß! Eww! Ich bin bereit, etwas zu schaffen! Los geht's! Los, los, los! Ausgezeichnet! Hm! Hm! Interessant! Das ist mein Stil! Wow! Spinnen! Willst du meine Spinnen sehen? Wow! Hm! Ich habe eine Idee! Wow! Wir machen dich schick! Wow! Gut! Los, 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 los! Ja! Wow! Oh! Ein süßer, kleiner, pinker Freund! Fantastisch! Hey! Lächeln! Oh! Ja! Okay! Ich mag Rosa nicht! Ups! Schleim? Oh ja! Los, los, los! Wow! Sieh dir meinen Schleim an! Wow! Oh, ja! Oh ja! Letzter Schliff! Durcheinander mixen! Fantastisch! So mag ich es! Oh, ja! Oh ja! Die mag ich nicht. Ich arbeite gern mit dunklen Farben. Das ist schon besser. Das ist mein Stil. Oh ja. Oh, perfekt. Wie gefällt dir mein Schleim? Oh, ja, okay. Los, los, los. Hausaufgaben. Wow. Aha. So dunkel für mich. Ich bevorzuge eher helle Farben. Ich weiß, was zu tun ist. Aha. Fantastisch. Wow. Fantastisch. Los, los, los. Ich muss etwas Farbe in die Sache bringen. Oh ja. Wow. Schau mal, wie schön und bunt wir auf diesem Bild sind. Damit werde ich nicht in die Schule gehen. Lass es uns noch einmal versuchen. Überraschung? Was ist da drin? Ich hoffe, es ist etwas Dunkles. Wow. Schau nach oben. Wie? Was? Was? Wow, Luftballons. Ich liebe sie. Ich mag keine pinken Luftballons. Los, los, los. Okay. Das ist viel besser. Ich bin dran. Wow. Sauber machen. Oh nein. Keine Sorge. Ich hole mir das auf. Turbo Pink Waschen Ich habe sehr gute Arbeit geleistet Die ist nicht von mir Wednesday, sie könnte deiner sein Sie ist definitiv nicht meine Sie ist rosa Versuchen wir es noch einmal Kochen Dunkle Farben Viel besser Wow Lass es uns dekorieren Der köstlichste Kuchen von Wednesday Möchtest du etwas davon? Nein, danke Ich bevorzuge frische Lebensmittel Ein Skelett Wo ist das Skelett hin? Hallo Hallo Warte einen Moment Wir kleiden dich ein Okay Wow Kein Kommentar Das letzte Mal Ein Kleid Ein Kleid Wow Rosa steht hier Nein Fertig Ich liebe mein schwarzes Kleid Ich liebe mein schwarzes Kleid Hallo, unsere Gäste werden in zwei Stunden kommen. Wir müssen dieses Chaos aufräumen. Ja, ich werde dir helfen. Oh, ja! Wow! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Good! Oh, ja! Hilfe, Steffi! Hilfe, Steffi! Oh, nein! Oh, ja! Oh, ja! Erledigt! Yay! Ja! Oh, ja! Lass uns nach unten gehen! Es ist Zeit zu essen! Ja! Wow! Lecker! Oh, ja! Sascha, Mittagessen! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Vielen Dank, Steffi! Es war sehr köstlich! Gern geschehen! Was machen wir eigentlich? Wir machen das hier! Es ist eine Dekoration für unser Haus! Aha! Juppie! Ich denke, das ist genug! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Wir müssen uns beeilen! Oh, wow! Yay! Gerade noch rechtzeitig für unsere Gäste! Lass uns eine Party veranstalten! Yay! Ja! Oh, ja! Lecker! Oh, ja! Wow! Lecker! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Oh, ja! Ich habe eine tolle Idee für eine Herausforderung Was? Ich muss 24 Stunden auf dem Dach verbringen Ab jetzt Ich weiß, es ist unglaublich Es ist so heiß Es sind locker 50 Grad da oben Aber ich muss es tun, wie ich es meinem Ur-Uropa versprochen habe Wir haben nur 5 Minuten Zeit Um alles, was ich für das Dach brauche, zu sammeln Könnt ihr mir helfen? Ja Okay, ich starte den Timer für 5 Minuten Seid ihr bereit? Los geht's! Los, los, los Wow, fantastisch Was brauche ich eurer Meinung nach auf dem Dach? Ich brauche das Für mich? Ihr solltet für mich wählen Ihr werdet nicht gehen Das sind Kinderbücher Okay Okay Okay, sieht gut aus Okay, gut Was noch? Noch 4 Minuten Wozu ist das gut? Ich brauche das nicht Das ist der Tisch Wofür? Das Flugzeug ist das wichtigste Ding auf dem Dach Wann ja, es sind 50 Grad auf dem Dach Ich brauche eine Dusche oder Eis oder so Ja Das alles nur? Nein Natürlich Und das Bild? Ja, sicher Jetzt gehen wir in den nächsten Raum Nächster Raum? Gut, Manjas Zimmer Seht, was ich habe Virtual Reality? Okay, ich kann das Ding benutzen, um einen Wasserfall zu sehen Schnell, der Talbar läuft doch Nicht mal mehr 2 Minuten Was glaubt ihr Brauche ich auf dem heißen, sehr, sehr heißen Dach So sonnig oben? Sicher Da brauche ich auf jeden Fall keinen Kamin Oder Heizung Ich brauche das nicht Das ist zu schwer Das ist zu schwer Ich brauche diese Dinge am meisten 20 Sekunden Du brauchst dieses Puppet 13 Sekunden Puppet? Essen Essen Nimm mir das zu essen mit Okay Milch Milch Oh ja Fünf Vier Drei Zwei Eins Fertig Das war's Du kannst die Zitronen schneiden und mit Milch Limonade machen Gibt es dort oben eine Toilette? Nein Ja Ja? Haben wir Ich glaube, wenn ich das mit den Zitronen trinke, muss ich auf die Toilette gehen Okay, nehmt unsere Sachen und lasst es aufs Dach gehen Seid vorsichtig Achtet, wohin ihr tretet Oh, das ist so heiß Fast 50 Grad Oh, es ist so heiß Seht ihr das? Das ist mein Platz Wow Ich habe einige Dinge vorbereitet Seht ihr eine kleine Toilette Grill Luke, du kannst da unten gehen Hier ist es zu heiß für dich Es ist so heiß hier Und das Wichtigste kommt jetzt Ihr werdet 24 Stunden lang bei mir bleiben Nein Das ist die Herausforderung Nein Seid ihr bereit? Nein Ach, ja Ich weiß, ihr seid nicht bereit Ich will essen Ihr habt ja Essen mitgenommen Was ist mit Luke? Luke, geh runter Das ist eine Challenge für uns Nicht für die Tiere Los, los, los Ich dachte, ich könnte mich entspannen Aber Unser Vater hat hier gerade ein Gefängnis gebaut Also Leute, zuerst werde ich euch den Preis zeigen Ist eine Klimaanlage der Preis? Klimaanlage? Wie kannst du, wie hast du jetzt erkannt? Es ist eine Klimaanlage Wollt ihr diesen Preis? Nein Nein Was anderes? Ich habe etwas für euch Eis? Es ist eine Gefriertruhe, wisst ihr? Es ist ein Schatz Was ich für euch habe Eiscreme Und Coca-Cola Und Coca-Cola Gefällt es euch? Ja Wollt ihr das gewinnen? Ja Lasst uns 24 Stunden hier verbringen Um diesen Danach Wer die Herausforderung gewinnt Bekommt alles Okay Okay Cola, Eis Schokoladeneis Vanilleeis Wasser Schokoladeneis Und Wasser, ja Müssten wir hier 24 Stunden? Verbringen? Ja, natürlich Es ist eine Challenge Eine 24 Stunden Challenge Was ist mit Schule? Was ist mit Freunden? Wir sind YouTuber Wir können unsere Videos bearbeiten Ich denke, wir haben noch genug Zeit Zur Schule zu gehen, oder? Was meint ihr? Es ist jetzt morgen Also 24 Stunden Nächster Morgen Der nächste Morgen Wird der nächste Morgen sein Aber wo werden wir schlafen? Schlafen? Lasst uns unser Lager vorbereiten Ich möchte hier schlafen Wow Großartig Oh, es ist Zeit für mein Workout Ich bin ein gesunder Mann Workout Fantastisch Workout Beeilt euch Leute Beeilt euch Bania, brauchst du Hilfe? Hm, ich glaube nicht Ich möchte dieses Lager sehr gemütlich gestalten Okay Bücher Und Kunst Eis Aha Eis Ich glaube, ich brauche doch Hilfe Wow Wow Ah Ah Gut? Oh Ah Doch nicht gut Fantastisch Super Das habe ich noch nie gemacht Ich habe das Wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben gemacht Äh Oh Gott Leute, ist alles in Ordnung? Ja Sieh dir Bania an Ich habe das schon einmal gemacht Als ich in einem Camp war Mir geht es nicht gut Mir geht es nicht gut Habt ihr etwas Wasser mitgenommen? Dort Ah Dieses Ding ist nicht nutzlos So Es ist ein Wasserwächter Ich will auch Wasser Es ist meins Nein Es ist meins Nein Wir haben nur eine Flasche Ich glaube, wir hatten nur eine Flasche Ich bin fertig Ich versuche alles, aber sie ist schon fertig Ein Mädchen gegen zwei Jungs Große Jungs Da ist nicht euer Ball Nein, nein Das ist mein Ball Das ist euer Ball Das ist mein Ball Wie bitte? Ich habe ihn mitgebracht Sein Gentleman Wania Du hast gewonnen Papa, ich will diesen Sack Diesen Sack da Manja, was willst du für diesen Sitzsack? Ich möchte Wähl was aus Den Preis Nein, das ist so viel Wania, lass uns gehen Verstecken wir uns für der Sonne Ich komme Oh, es ist so heiß hier drinnen Ich möchte nach draußen gehen Ich stimme zu Draußen ist es besser als hier Wania, wie fühlst du dich? Abends kommen wir zurück Um hier zu schlafen Warum ist es hier besser? Ich glaube, weil es windig ist Ja Mir ist so heiß Heiß? Ich habe etwas, das dieses Camp angenehmer Ein bisschen angenehmer macht Aber ihr müsst mal eine kleine, kleine Herausforderung annehmen Seid ihr bereit? Ja Ja, bereit? Ja Los geht's Also Leute Hier ist die Herausforderung für euch Kommt her Was ist hier drin? Seht ihr die Ringe? Ja Im Pool? Wählt einen Den Donut Donut Und was ist mit dir? Ich nehme diesen Himbeer Donut Und den mit Palmen für mich Und hier Hab ich Wasserbomben für euch Jeder kann sich eine Farbe aussuchen Eine Farbe? Eine Farbe Rosa Rosa Blau Blau, okay Nein, nein Gelb Gelb Ich hab 10 gelbe Und 10 blaue Wasserbomben Und für mich Welche sind nochmal für mich? Grün Grün Und grüne Also 10 grüne Wasserbomben Ihr müsst diese Bälle in den Ring Also Donut werfen Wer die meisten Treffer macht Gewinnt den Preis Oh, du hast eine verloren Du hast eine verloren Nein, das zählt nicht Okay, können wir anfangen? Ja, also Haa, minus 1 Okay, jeder hat 10 Versuche Aber du und ich nicht Nur 9 Versuche Nimm einen Und wirf Aber das ist zu weit weg Versuch es Ja Ja Okay Vier Fünf Zech Sechs Oh Oh Nein Nein Fast Fast getroffen Ich hab zwei Ich hab zwei Manja ist die nächste Du hast 10 Versuche Mach das nicht zu Hause nach Manja Was ist los mit dir? Wow Du hast getroffen Zählst du die Versuche? Ja, ich hab schon zwei 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 Drei Drei Wow Zwei Punkte Wie Vanya Fünf Sechs Sieben Verfehlt Verfehlt Du hast nur noch drei Bälle übrig Nein Acht Neun Die letzte Die letzte Drei Punkte Manja Das ist der Gewinner Chance Eins Jetzt kommen meine Versuche Wow Das ist nicht fair Es hat die Lichter getroffen Die Lichter Das ist nicht fair Los geht's Du hast schon zwei Der dritte Okay Drei Yay Getroffen Vier Ich denke Versuche vier Das ist der fünfte Daddy wird gegen mich gewinnen Ich denke Weil er größer ist als ich Willst du den Preis? Ja Es wird aber meiner sein Wisst ihr was? Ich glaube wenn Papa gewinnt ist das gut Weil wir sind in einem Zelt Und dann werde ich also auch gewinnen Auf geht's Papa Fast Ja Ja Papa Stark von mir Ja Los geht's Hier 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 Du hast noch drei Versuche Oh ich hab verfehlt Versuche es so So etwa? Ja Ja Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Nicht nötig Nein du brauchst Sie hat auch drei 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 Ich dachte das ist vier Nein Wenn du diese Wasserbauer betrifft Dann willst du gewinnen Und du willst auch für mich gewinnen Denn wir haben ein Zelt für uns beide zusammen Auf geht's Dad Los 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 Oh ich hab verfehlt Unentschieden Drei Punkte für mich Und drei Punkte für Manja Wir müssen nochmal werfen Bis jemand trifft Du bist der erste sein Daddy Okay Ja Nein Nein ich hab mich getroffen Nein Ich versuch's nochmal Wieder nicht Weil du triffst hast du gewonnen Nein Dann ist du weit weg Wieder nicht getroffen Nein 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 Jetzt kommt Manja dran Wow Manja Yeah Ich hab's geschafft Ich hab gewonnen Leute was macht ihr da Papa Komm her Ach du meine Güte Ach du meine Güte Los Das ist schwer Seid ihr bereit Ja Eins Zwei Drei Ja Es hat so viel Spaß gemacht Schaut Oh Jemand will da Hey Hey Okay Wollt ihr den Preis sehen Ja Los geht's Das ist Tada Eine mobile Klimaanlage Oh Manja du bist so stark Willst du sie mit uns teilen Bitte Okay Okay Zählen wir Eins Zwei Drei Boah 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 Schalt es aus Manja mach es aus Stellen wir den Modus runter Das ist viel besser Okay gut Ich hab die Toilette Toilette? Äh Gib mir das Buch Ich brauch das Buch nicht mehr Das ist die seltsamste Benutzung der Toilette in meinem Leben Leute warum seid ihr so traurig? Ich bin so hungrig Ich hab etwas für euch Habt ihr das Zeug in der Ecke gesehen? Wow Wow Aha Grillen? Grillen? Ja Hot Dogs Wir können Hot Dogs machen Mit Marshmallows? Nein Nein Aber zuerst Muss ich die Eier für mich machen Ihr könnt hier die Hot Dogs machen Okay? Okay Hier Ah die Eier Danke Ich werde die Brünsche machen Ich werde jetzt den Grill anmachen Aber Papa Wir brauchen Propan Oh mein Gott Was sollen wir tun? Halt 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 Das ist der Nachtisch Nein Ich hab eine Idee Ich hab eine Herausforderung für euch Wer gewinnt Kann alles bestellen Was er essen möchte Alles Okay Bereit? Welche Challenge? Ich zeig's euch Gehen wir Los 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 Basketballbälle? Nein Das sind Golfbälle Wie weißt du das? Ich bin so aufgeregt Was erwartet ihr zu sehen? Wow Aber jeder Hat nur einen Versuch Wir werden hungrig sein Wir werden hungrig sein Nein Wir haben dort frisches Gemüse Nein Nein Ich will treffen Ruhe Hot Dogs Los Wann ja los? Warte Nein Ich bin dran Jetzt bist du dran Nein Jetzt bin ich dran Ich hab einmal in meinem Leben Basketball gespielt Ah Fast getroffen Ah Aber was ist mit Diesel bei? Wir haben noch einen Versuch für jeden von uns Was sollen wir tun? Wer gewinnt? Wir Ja Okay Stein, Papier, Schere, Schießen Nein Schere, Stein, Papier Schere, Stein, Papier Ah Fast Ja Juhu Ja 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 Getroffen Ja 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 Ich hab es nicht gesehen Ich hab eine Überraschung für euch Ja Ich hab getroffen Wann ja Was möchtest du bestellen? Burger Ich hoffe es werden kalte Burger mit Eis Nein 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 Heiß Das hier? Ja Und das hier für Papa? Ja Okay, bereit Wir warten jetzt ein paar Minuten Lass es da rüber gehen Es ist so heiß und ich bin so hungrig Wie lange braucht noch der Burger? Nur noch ein paar Minuten Kann ich die Zitrone essen? Bist du wirklich so hungrig? Ja, ich glaube schon Wow Fantastisch Niemals Oh mein Gott Ist sie lecker? Oh nein Oh Oh, hier ist eine Nachricht Die Lieferung kommt Aber wie soll jemand hier hochkommen? Wir öffnen einfach die Tür Wie? Sie ist im Erdgeschoss Wir haben vergessen, dass wir eine 24 Stunden auf dem Dach Challenge haben Wir werden keine Burger Wir werden keine Burger essen, oh Mann Hört ihr das? Oh Was ist das? Das ist der Lieferant Oh, sie ist hier Die Lieferung Komm hier her Leute, was können wir tun? Haben wir ein Seil? Ich hatte dort ein Seil gesehen Ja Das Seil hat mir den Eimer Bring das her Das Seil, das Seil Oh, das Seil ist hier Das Seil ist hier Oh Wir machen hier gerade eine Challenge Für 24 Stunden Oh mein Gott Wirklich? Wirklich Ist das nicht ein Scherz? Nein, wir können nicht nach unten gehen Versuch es Gut? Ja Ist es stark genug? Los geht's Okay, wir können es versuchen Oh Die Burger nach rein, bitte Ja Ich bin für euch da Einen Moment, bitte Ein paar Probleme Ich kann es kaum erwarten, die Burger zu essen Ja, perfekt Das reicht Reicht das? Also Leute Es gibt Geschenke für euch Okay Bereit? Ja Los geht's Schnell Ja, unsere Burger Unsere Burger Ah, nun Scherz Ah Aha Wuhu Unsere Burger Unsere Burger Schaut Unsere Burger Jeder nimmt einen Der ist für dich Wanya, der ist für dich Oh Drei Kleine und ein Großer Der Große ist für mich Die Kleinen für euch Okay Drei Kleine für mich Hm Lecker Lecker Ich schätze, ihr seid auch so hungrig Wie ich Ja Geht euch was gut? Kein Hunger mehr? Ich bin jetzt satt Ich bin fertig Los, los, los Los Wow, so ein schöner Sonnenuntergang Ja Ich glaube, es ist Zeit schlafen zu gehen Ja, los geht's Ab ins Zelt Okay, gute Nacht Gute Nacht, Vanya Echt gemütlich Ich kann nicht schlafen Leute, Leute Manja Manja Manja, wach auf Wach auf Was ist passiert? Was passiert ist? Ich denke, wir brauchen nicht Bis morgen früh zu warten Warum? Ihr habt die Challenge bestanden, denke ich Ihr habt sie bestanden Wollt ihr den Preis jetzt haben? Ja Wow Wisst ihr noch, was ich habe? Ja, aber wer hat gewonnen? Äh, ich glaube, wir haben alle gewonnen Ja Genau Aber wir haben nur einen Preis Ich zum Beispiel esse ja keine Süßigkeiten mehr Also, es ist nur Eis für mich da Und eine Coca-Cola Und das und das Und Wasser für mich Wuhu Fantastisch Großartig Abonnenten Abonniert unseren Kanal Und schreibt in die Kommentare Wie gefiel euch unsere Challenge? Und like das Video Nicht das Liken vergessen Ein superfektes Wasser Kaltes Wasser Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen und Vielen Dank.